Der Olympiasieg 2010 in Vancouver, das ist das Ziel des neuen deutschen Traumpaares Aljona Savschenko und Robin Scholkovi. Die Europameister und neuen Grand Prix Sieger jetzt einmal ganz entspannt, ohne den Druck, Preisrichtern Höchstleistung fehlerfrei präsentieren zu müssen. Sun in the sky, you know how I feel, breeze drifting on by, you know how I feel, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Sun in the sky, you know how I feel, river running free, you know how I feel. You know how I feel, blossom on a tree, you know how I feel, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Sun in the sky, you know how I feel, it's a new day, 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 it's Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Fingerspitzengefühl bis hin zum kleinsten Detail. Bei diesem Paar stimmt einfach alles. Es knistert, es prickelt von der ersten Sekunde bis zum Schluss. Aljona, die gebürtig aus Kiew stammt, und ihr Chemnitzer Partner sind einfach füreinander geschaffen. Auf dem Eis, denn privat ist Aljona mit Trainer Ingo Steuer verwandelt. Und schauen Sie mal, diese Blicke, wie sich die Frau bewegt, welch unglaubliche Körpersprache die 23-Jährige besitzt. Der geworfene Doppelachsel, auch technisch, sind die Europameister brillant. Und wenn Aljona und Robin bei der EM und WM fehlerfrei bleiben, sind sie die Top-Favoriten. Und das Schöne für Sie, liebe Zuschauer, Sie werden die beiden in unserer Eisgala noch einmal sehen.